Freunde, im heutigen Video haben wir eine Wednesday-Obby gespielt mit der lieben Emily, aber dabei gab es eine kleine Zulich und zwar pro Tod gab es 100 Robux, die wir an euch verlosen mussten. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh mein Gott, Lamy, weißt du überhaupt wo wir gerade sind? Ähm, lass mich mal kurz überlegen, oha, wir sind, ähm, nee, keine Ahnung, Emily. Ähm, wir sind hier bei Wednesday, erkennst du nicht das Auto? Siehst du nicht, wie gruselig es hier ist? Der Friedhof, das Haus, wir sind bei Wednesday. Oh, was, bei Wednesday? Bist du nicht sicher, dass wir bei Sunday sind? Oh ja, Lamy, ich bin mir sehr sicher, denn wir können unseren Charakter verändern in Wednesday und Enid. Okay, Moment mal, lass mich das Ganze hier mal abchecken, Wednesday. Oha, okay, 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 verstehe, verstehe. Oh mein Gott, guck mal, du siehst aus wie ich, Lamy. Endlich bist du mal wunderschön. Wunderschön. Äh, hä, warte mal, wir sehen aus wie Wednesday und nicht wie du. Ja, eben, deswegen sind wir auch wunderschön. Aber es gibt auch Enid. Oh mein Gott, guck mal, wie cool. Okay, Leute, schreibt jetzt erstmal in die Kommentare, wen von Wednesday findet ihr besser? Wednesday oder Enid Sinclair? Also. Ich finde auf jeden Fall Wednesday cooler, hier sieht er auch wirklich cool aus. Aber am coolsten ist einfach kaltes Händchen, Freunde. Schaut euch an, wie wunderschön er ist. Ja, wie kalt er doch ist. Oh Mann, oh Mann, aber wir haben hier auf jeden Fall eine richtig coole Wednesday-Obby am Start. Und die müssen wir heute meistern als Wednesday und Enid. Okay, bist du bereit? Sollen wir vielleicht eine kleine Strafe machen, falls jemand hier stirbt? Oh, okay, okay, gut, Jedi. Das heißt, jeder, der hier einmal stirbt, also ein Tod, bedeutet gleich 100 Robux, okay? Okay, da bin ich auf jeden Fall dabei. So, ich schneide dir jetzt auch direkt mal den Weg. Oh mein Gott, Lamy, das war ja mega knapp. Oh, okay, okay, das ist ja wie ein Laufband hier. So, musst du aufpassen. So, ich würde sagen, geh jetzt einfach mal vor, Lamy. Ähm, okay. Okay, okay, ich bin gespannt. Oh mein Gott, ich bin gerade nicht gestorben. Oh, bist du gestorben? Nee, 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 ich bin noch da. Ich dachte, ich sterbe. Ja? Aber es ist alles noch gut gegangen. So, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh mein Gott, die ersten 100 Robux von Emily an euch, Freunde. Lamy, warte mal, du hast mich einfach runtergeschubst. Ich schubst dich auch einfach mal runter, so weg. Das kann nicht sein, oder? Und 200 Robux von Emily an euch, Freunde. Das werden wir auf jeden Fall noch in dem Video verlosen. Ja, muss ich dann wohl machen. Aber mal schauen, wie viele am Ende du auch verlost. Also, ich muss dich da trotzdem mal runterschubsen, okay? Ja, ja, ich glaube eher nicht. Oh, hier haben wir Bilder. Oh mein Gott, wie schön. Wo dürfen wir draufgehen, Lamy? Ähm, hier. Ja, okay, okay. Oh mein Gott, weißt du, wer das ist? Das hier ist Wednesday, kleiner Bruder. Ja, und Wednesdays Mama. Und 300 Robux von Emily an euch, Freunde. Ja, und Wednesdays Papa, kaltes Händchen und deren Chauffeur. Der sieht wirklich gruselig aus, wie Frankenstein. Ja, wollte ich gerade sagen. Der sieht echt aus, wie Frankenstein. Ja, okay, let's go. Ähm, ich gehe mal. Das kann nicht sein, oder? Warte mal, bist du jetzt das vierte Mal schon gestorben? Ja, Freunde. So, fairerweise gehe ich jetzt auch durch die nächste Tür, okay? Okay, dann mach mal, ich gehe durch, das kann nicht sein, oder? Hä, warte mal, hättest du einfach gewartet, Mann? Oh, okay, jetzt gehe einfach mal vor. Das kann nicht sein. Wie viel muss ich jetzt? 500 Bobux? Ja, ganz genau, 500 Bobux. Leute, guck mal, wie das aussieht, wenn ich hier hochkletter. Oh mein Gott, ich bin ja noch Emily. Das sieht ja total doof aus. Okay, ich bin einfach mal wieder in it. Okay, okay, okay. Hier haben wir ja das Auto vom Chauffeur. Oh mein Gott. Okay, das war knapp. Oh mein Gott, nein! Oh man, ey, wenn das so weitergeht, Emily, dann musst du gleich eine Million Bobux verlosen. Nein, ich bin auch mal runtergefallen. Ja, willkommen in der Show. 700 Bobux? Weißt du, dass ich mir 800 Bobux? Oh man. Das kann nicht sein. Ich war mir so sicher, dass ich heute keine Robux verschenkele. Das glaubst du. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Endlich, endlich drüber, Lamy. Warte mal. 800 Robux. 800 schon? Oh wei, oh wei. Okay. Uh. Das sieht echt cool aus hier mit kaltes Händchen. Äh, hä? Warte mal. Warum bin ich gerade gestorben, Lamy? Tja, weil Robux will halt, dass du noch mehr verlost. Hä? Ich bin noch mal gestorben. Warte mal. Ich muss jetzt wirklich 1100 Robux verstenken. Nur wegen dir, Lamy. Oh man, ey. Du bist wirklich so schlecht. Hä? Emily, was ist denn los mit dir, Mann? Ich weiß nicht. Siehst du, dass ich da einfach sterbe? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sehe ich ganz genau. Oh mein Gott. Ähm. Das ist nicht wahr, oder, Freunde? Ich habe jetzt auch gar nicht mehr mitgezählt. So. Wie viel musst du jetzt schon ausgeben? Weiß ich nicht. 1200 oder 300. Ey, du Cheater. Du hast dich einfach freigekauft. Was denn? Man muss manchmal ein bisschen cheaten, um weiterzukommen. Ich werde jetzt wirklich 1000 Mal gestorben. Okay. Ich habe auch gar nicht mehr mitgezählt. Ich glaube, du bist jetzt schon bei 1500 Robux. Kann das sein? Oha. Ich glaube eher so 1300. Freunde, ich werde es noch mal nachzählen. Und, naja. Dann werde ich sie auf jeden Fall austeilen an euch. Okay. Na gut. Links, Mitte oder rechts? Oh. Mitte. Nein, nein, nein. Hier geht es lang. Freunde, habt ihr gesehen? Ich habe hier so einen kleinen Trick. So. Ähm. So, das hier ist es. Okay. Hä? Mega krass von dir. Was ist denn dein Trick? Ja. Das wüsstest du gerne, ne? Ja. Tippst du mit einem C da drauf und guckst, ob das funktioniert oder wie machst du das? Ja. So in etwa, Emily. In dieser Orbi werde ich kein einziges Mal sterben. Ich verspreche es dir. Oh mein Gott, das heißt, ich werde hier alle Robux verteilen. Oh Gott, oh Gott. Egal, Freunde, ich mache das mit Liebe. Oh mein Gott, Bienen. Ja, und weißt du, ähm, Lamy, bist du gerade etwa runtergefallen? Nein, ich doch nicht, Mann. Doch, ich habe das genau gesehen, Freunde. Das heißt, 100 Robux bekommt jetzt auch einfach von Lamy. Lamy, wie war das nochmal? Du wolltest nicht einmal schicken. Oh, Lamy. Nein. Los, weg mit dir. Wollt mir deine Hand, bitte. Na los, weg mit dir. Nein. Du hast mir geholfen. Dankeschön. Ja, ja, bitteschön. Ähm, warum kletterst du nicht einfach drüber, Lamy? Hä? Weil es viel zu lange dauert, du Anfänger-Noob. Ach so, okay. Sorry, ich wusste nicht, dass es hier auf Schnelligkeit geht. Okay, wollen wir mal weitergehen? Lamy, du bist ein Noob. Du bist ein Noob. Ja, sag die, die schon 20 Mal gestorben ist. Ähm. Okay, aber Moment mal, bevor es weitergeht. Ich kaufe mir hier noch eine Grapple Hook 479 Bobux. Oh, wir sehen hier, ich habe gar nicht mehr so viele Bobux. Wie viele Robux hast du, Emily? Ähm, ich glaube nur noch so 2.000 oder so. Nur noch so 2.000? Ich habe nur noch 300. Lamy, du bist richtig arm. Ja, ich glaube, jemand muss mir Bobux schenken. Kann mir jemand Bobux schenken? Hallo, hallo, blub, blub. Aber weiter geht's, Lamy. So. Moment mal. Was? Ich wurde, glaube ich, auch gescannt. Was? Du auch? Ja. Oh, mein Gott. Hast du etwa dir etwas gekauft und das hat nicht funktioniert? So wie bei mir? Genau. Oh Mann, oh Mann. Freunde, wir haben uns beide gerade was gekauft. Und wir wurden beide gescannt. Also kauft euch nichts in diesem Spiel. Ihr werdet hier gescannt. Oh Mann, oh Mann. Oh, das ist echt richtig blöd. Aber Freunde, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben. Lamy, passt auf. Nee, das nicht. Aber ob ihr dieses Spiel schon kennt. Also die Wednesday-Obi. Mir gefällt die eigentlich ziemlich gut. Aber dass das nicht funktioniert, wenn man sich was kauft, das ist ziemlich blöd. Ja, das ist sehr, sehr blöd. Denn, Freunde, wir haben hier ganz, ganz viele Borbugs ausgegeben und wir bekommen nichts mal dafür. Oh Mann, das ist schon ziemlich blöde. Mhm, ich gebe schon so viel aus, weil ich so oft sterbe. Und jetzt funktioniert nicht mal, ja, das, was wir gekauft haben. Uh, schwarze Rosen, Lamy. Schwarze Rosen? Nein, schwarze Rosen. Was? Schwarze Dosen? Oh Mann, so, ich neige dir mal wieder den Weg ab. Ja, gar kein Problem, Emily. So, bin ich etwa als Erster am Ziel oder was ist los, Lamy? Hä, das Ziel ist auch ganz weit hinten, Mann. Chill mal. Okay, okay, aber warte ab. Ich werde jetzt durchsprinten und dann bin ich ganz schnell. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, komm. Weißt du, was ich einfach mache? Träum weiter. So, einfach dran vorbei und jetzt ist Lamy einfach vor mir. Das kann doch nicht sein. Diese Obby ist einfach verflucht. Ja. Gut für mich. Ich muss jetzt ganz schnell weiter rennen, Freunde. Oh, oh, das heißt, warte mal. Ich bin jetzt schon insgesamt zweimal gestorben. Das heißt, 200 Baubucks kriegt ihr von mir, Freunde. Mein Gott, ich bin gerade schon wieder gestorben. Sind wir etwa schon am Ende? Ja, ich habe gewonnen. Nein. Egal, Freunde. Ich habe fast gewonnen. Der Wille zählt, wie man weiß. Na ja. Okay, Freunde. Jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal die Baubucks verlosen. Okay, wir sind jetzt hier auf der Roblox-Seite, wo wir die ganzen Robux verteilen. Und wir sehen hier auf jeden Fall 15 Roblox-Namen, die ich aus den Kommentaren rausgefischt habe. Deswegen, Freunde, schreibt auf jeden Fall jetzt euren Roblox-Namen in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr beim nächsten Mal ein bisschen Glück und bekommt auch ein paar Robux. Und, Emily, du hast ja die ganzen Robux verloren. Deswegen, was sind deine Worte dazu? Ja, Freunde, ich habe halt ein bisschen viel gefällt. Was soll ich euch sagen? Ihr habt es gesehen. Deswegen bekommt ihr jetzt die ganzen Robux. Denn wir lieben euch sehr. So, einmal auf Bezeihung drücken. Ganz viel Spaß damit, Freunde. Und wenn ihr Lust habt, dass wir öfter sowas machen, falls wir fehlen, dass wir dann euch Robux schenken, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf das Video da. Es geht aber noch weiter, Freunde, denn das waren auf jeden Fall noch nicht alle Robux. Emily hat auf jeden Fall den Gönner-Modus aktiviert und ist richtig aufgestorben. Deswegen bekommt ihr jetzt auch so viele Bobux. Ich bin zwar nur zweimal gestorben, aber ich glaube, das sollte für heute auf jeden Fall reichen und verteilen. Emily, das nächste Mal stirbst du bitte nicht so oft, okay? Nein, nein, nein. Ich werde sogar öfter sterben, Freunde, damit ihr noch mehr Bobux bekommt. Oh, Mann. Na gut. Aber, Freunde, das war es auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schaut unbedingt noch bei Emily vorbei, denn die hat auch noch ein richtig, richtig cooles Video mit mir gemacht. Das müsst ihr unbedingt abchecken. Und, Freunde, jetzt könnt ihr links das letzte Video abchecken, rechts könnt ihr den Kanal abonnieren. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und tschaui. bis bald da gehen. Und so sind die Zuschauer im Prinzip. Bis bald. Bis bald. Ja, und billig. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.